Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit Broker IQ Option. Ich handele 60 Sekunden bis 2 Minuten und mein Start-Trade beträgt 2000 US-Dollar. Als nächstes höre ich meinen passenden Trade nach meinen Einstiegskriterien im Metatrader 5 unter Berücksichtigung der Tagesnews und meiner Indikatoren im Metatrader 5. Britisch, Fund, Yen. Habe ich leider nicht um diese Zeit mehr. Diese Zeit ist natürlich nicht mehr so viel los. Euro, Britisch, Fund. Allerdings müsste der Kurs noch etwas fallen. Okay, ich steige ein. Gegebenenfalls dann nochmal. Sollte ich den ersten Trade verlieren. Aber aktuell gibt es keinen Handlungsbedarf, denn der Trade ist deutlich im Gewinn. Einige Restplätze sind noch da für mein Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat. Wenn du Interesse hast, dann reserviere dir einen Platz und tätige eine Anzahlung von 10%. Dann ist dein Platz sicher. Okay, den habe ich gewonnen. Mal sehen, ob ich noch einen Trade finde. Weitere Informationen zum Privat-Einzelcoaching 10k pro Monat. Einzelcoaching findest du auf meiner Webseite. Okay, ich gucke mal, ob ich noch einen Trade finde. Okay, ich gucke dir ein. Just mal. Undreci End. Soll Manauflöden. Wir nicht sagen... ... Vielen Dank. Euro-West-Dollar, auch hier müsste der Kurs noch etwas fallen. Das macht er leider nicht. Oder? Okay, auch Yen. Okay. 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 Jetzt muss ich nochmal neu starten. Okay. 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 jetzt schießt er nach oben dann habe ich sogar beide Trades gewonnen sehr schön, bis zum nächsten Mal, adios